hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von rocket league ja bei mir sind wieder der verpeiler aka channel checker zocker lounge und der maestros king ja gute alte besetzung ich würde sagen ich such direkt mal rein macht es gewinnen wir noch mal zweimal das war schön langsam möchte ich endlich auch mal auf gold status kommen hier erstmal brauchst du den stern ja ja das über über stupt also so geil bist du überspringst direkt ein level ach so wie in der schule früher nicht nur nach unten direkt von klasse 9 in 7 ich habe mich gerade ernsthaft gefragt wie ich diesen ball nicht treffen konnte ja die gehen ein bisschen mehr als die anderen kann das nicht meinst du das ist unser upranked match vielleicht moment einfach weg okay wunderschönen was macht die haben selbst in die mitte geschoben bist du noch da was ein presse ding danke Danke! Kein Problem. Der hat aber echt genau gepasst. Ja schon, ne? Natürlich bin ich wieder hinten. Weißt du, schießt das Tor und muss wieder hinten sein. Die wollen... ...wirst du auch zeigen, was du hinten kannst für deinen O-Rank. 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 He lol, ich hab nur die Typen weggeschossen. Ach shit. Zu viele. Schon wieder so'n Ding auch doch nicht, Mann. Der will locker 200 Kammer drauf, ey. Oh, was ne Vorlage da. Keiner hinten, ich glaub's ja nicht. Alles gut, Mann. Der macht jetzt ne Vorlage. Oh, der macht ne sichtliche Vorlage. Tja, da konnte ich leider nix tun. Also da war meine Macht dann ein bisschen überfordert, ne? Äh... Sorry. Da hab ich auch nicht mit gerechnet. Naja, alles gut, Mann. I'm in the back. Eine Minute 10, er ist gespielt, ey. Wow. Das ist zumindest kein Torfestival, so als wir beide privat gespielt haben. Oh. Wunderhältlich. Oh Gott, was mach ich denn hier, ey? Autsch, der hat mich weggeschoben. Ja, mich auch. Alter, der rammt mich nur weg. Der macht gar nix anderes hier. Zack. Sehr schön. Ich fahr jetzt mal da vorne. Oh, oh. Geht nicht rein. Alter, Kai. Das hab ich aber gesehen, dass der nicht rein geht, Mann. Jaja, klar. Autsch, ich hab einen weggerammt. Aus Versehen. Aber es zählt. Oh. Der geht rein. Der geht ja nicht. Wunderschön, Kai. Oh nein. Ich wollte nur noch mal nach. Wunderschön. Ach nein, ich hab gedacht, wir kriegen den wieder. Hast du den gekämpft? Komm, wir rein? Oh, ho, ho, ho. Wunderschön. Wieso hat keiner von euch ne Vorlage bekommen? Weil keiner ne Vorlage gemacht hat. Hat's ja ausgeschüttet. Ich dachte, du hast den schön vorgelegt. Nee, nee. Wunderschön. 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 Ich bin wieder mal drunter hergesprungen. Lucky Shots. Lass mich fast. Easy. Und danach Shawl. Lucky Shawl. Lucky Shawl. Lucky Shawl. Lucky Shawl. Neue. Schmackstich. Wirst du mir damit sagen. Wird natürlich auch nicht schlecht. Oh Gott. Und? Okay. Oh, der kommt zu mir. Und bing. Oh, den hab ich, den hab ich. Oh, was? Nice one. Nice one. Oh shit. Nice. Oh, ich hab ne Nachricht bekommen. Scheiß auf die Nachricht. Ja, mach ich jetzt aber. Und nachschieben. Schade. Aber dran vorbeigehen. Zu Kai, der macht eine wundervolle Vorlage. Oh, ich hab ne Nachricht bekommen. Auch? Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Oh Mann. Kann kein Zufall sein. Die wollen uns ablenken. Die wissen, dass wir hier grad vor dem Gewinn sind. Nee, das war der Typ, den ich gestern bei dem Banana Jackpot kennengelernt hab. Wo ich meine Galil verwettet hab und er hat sie mir wiedergegeben, weil er so nett war. Nein, Kai, oder wer war das? Was? Alter, ich hab dir noch eine Armlänge Abstand gehalten. Oh, oh, der geht rein. Nee, die haben's verkackt. Oh, der hat mich da reingerammt. Der hat mich da reingerammt. Der hat mich da reingerammt. Wann ist das nicht so? Ich weiß nichts. Boah, der spand mich unbezweifelt. The crazy monkey. Oh, jetzt kriegst du die Steam Nachrichten auch noch aufs Handy, ey. Verdammte Scheiße. Äh, ich nehm ihn. Kümmert mich hier aber um deine Steam Nachrichten. Ja, ne. Oh nein, äh. Oh, lol. Ich bin schlecht in der Verteidigung. Wollt ihr alle weg? Ja, ja, die Ausrede bringst du immer, Mann. Ja, das ist ja wahr, das weh. Das ist doch keine Ausrede, wenn ich sag das Schlechten. Wunderschön. Wunderschön. Oh, kommt der? Ja, ne. Kommt der? Ja, ne. So, warum sind die alle vorne? Wie geht das denn? Achso, André, den hätt ich auch gehabt. Naja, was wurscht. Jetzt fängt er ab und dann hol ich den jetzt und boom, der kommt jetzt zu euch. Und ihr schiebt ihn einfach rein. Jawohl. Ah, den hab ich gekriegt. Nee, 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 nee. Ich wollt nur auf Nummer sicher gehen, Mann. Dass das funktioniert hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, um ehrlich zu sehen. Aber sehr schön. Da sind wir wie die Geier zu Stelle, Mann. Hauptsache ein Tor, ey. Und natürlich bin ich wieder hin. Weißt du, irgendwann, ich schwör's dir, wenn's hier ne Ersatzbank gäbe, würde ich nur auf der Ersatzbank sitzen. Zum Tod sind die kleine Uprings kattieren, ne? Ja, das sowieso, Mann. Oh. Was ist das hier für ein Grammel, Alter? Oh Gott. Schlimmer wie auf einer Kanickelburg. Oh shit. Hei, Alter. Ich hab die Kanickelburg für ein Ahrhäuser. Das versteht keiner. Ist ja egal, Mann. Kanickel und Burg, das ergibt doch gleich was, oder nicht? Ja. Eine Burg voller Kanickel? Guck mal, wie ich den gerettet hab, meine Freunde. Alter, du hast freie Bahn. Ja, freie Bahn. Mit Marzipan, Mann. Ja, freie Bahn. Mit Marzipan, Mann. Alter, was sind denn das grad für Lappen geworden? Was ist denn da sowas? Mann, Mann, Mann. Ich war am Anfang voll aufgedreht, ey, und dann... Der versucht ja nicht mal zu verteidigen, der Not von... Der fährt ins Tor rein. Ja gut, der musste spekulieren, dass ich ihn vielleicht nach rechts schieß, oder... Keine Ahnung. Aber der stand... Ist besser so, wenn das Lappen sind. Besser für Andres auch. Hä? Was? Ich flieg noch ein bisschen. Was? Nein. Du hast grad akustisch nicht wahrgenommen. Das ist auch gut so. Du wolltest das akustisch. Autsch, akustisch nicht wahrnehmen, oder? Bitte! Boah, mit Ankündigung, Mann. Lol, Eigentor? Nein, schau. Ich hab kein Robo, ich hab kein Robo. Ach, das sind ja auch noch Randoms, die da zusammenspielen, Mann, Alter. Die... Die haben natürlich auch noch entscheidende Nachteile. Muss man einfach mal so sagen. Ah, Quatsch. Wir sind auch Random. Also, Ingame Boys gibt's ja immer noch. Aber das benutzt halt keiner bei Rocket League, glaub ich. What? Wobei, hab ich das eigentlich noch an, oder hab ich das damals ausgeschaltet? Hast du mich grad gehört, Ingame, dann hast du's noch an. Nee, hab ich nicht. Du musst ihn mal wieder anschalten, das war damals voll lustig. Oh, den mach ich noch rein. Den mach ich noch so rein, Mann. Nein! Ich werd weggerannt. Ja, nicht schlimm. Doch. Eine Karriere zu Ende. Ein Früchtehut. Cool. Ein Früchtehut. Ein Früchtehut. Früchtehut. Ihr werdet ihn gleich sehen. Der Fluffyhut. Er klau ich mir erst mal ne Banane, Mann. Da brauch ich erst mal ne Taline wieder. Kein tschechisches Sandwich. Nee, diesmal nicht. Aber Hauptsache Knister, ne? Maestro ist immer am Knistern. Hast du halt mal eine Schöne da? Echt? Oh, das sind Waffeln, WTF? Es gibt kein... was? Die sind aber schon sehr alt und hart, oder? Ja, das war eine Mini-Waffe. Oh, und ratet mal wer hinten ist. Ich? Oh, da war ja doch einer. Fuck, ich hab gedacht, der kommt nicht. Guckt euch meinen geilen Früchtehut an, Leute. Oh, Maestro. Oh, Maestro. Kannst du das sagen oder so? Ja, ich... ich... ich bin. Mhm. Weißt du noch, wie Kai gerade eben gesagt hat, dass man dann einen entscheidenden Vorteil hat? Aber wir benutzen die Kommunikation gar nicht, obwohl wir sie haben. Also wo ist dann der entscheidende Vorteil aus, Kai? Das ist andere... äh... Gedankenübertragung, Mann. Ja, stimmt. Ja, manchmal funktioniert das ja. Wegen Alda. Was für ein Lutscher. Da ist jetzt aber vielleicht der Verpeiler zur Stelle. Ach komm. Kommt schon. Nein. Nee. Nee. Das ist doch nicht wahr, ey. Christoph Maria. Ja, abstehend es doch. Och, Mann, ey. Christoph. Christoph. Okay, bei so einem Namen, Alter, da hat man es auch verdient. Ein Tor zu machen, oder was? Naja, da muss man einfach auch mal im Rampenlicht stehen. Einmal kurz, aber nur. Aber wie kann man einen Mann als zweiten Namen Maria geben? Ich verstehe das nicht. Warum müssen wir so hoch? Maria, Maria. Mitte, Mitte. Nee, nix Mitte. Der ist noch nicht mal ansatzweise Mitte, Mann. Oh Mann, der lupft ihn über mich. Oh, den mach ich rückwärts, warte. Okay, den mach ich nicht rückwärts. Keiner hinten, oder was? Freunde, dafür geht das nicht. Dafür warst du doch da. Nee. Dann müssen wir noch mal ernsthaft drüber reden, nach diesem Spiel. Ihr müsst eure Position... Oh, beste Vorlage ever von mir. Oh, oh, der kann ich nicht reden. Warum kriege ich keine Vorlage dafür? Mann, naja, da wollte ich mal ein paar Punkte einheimsen und dann... Habt ihr meinen Früchtefit gesehen? Ach stimmt, den hab ich doch gar nicht angeguckt, Mann. Komm mal ran zu mir. Scheiß auf den Ball, komm her. Du bist nur. Hast du das dran? Nee, du bist auch nicht. Ach so, Leute, ich... Schau jetzt aus. Bing. Oh, da hat er blendend reagiert, Mann. Das muss man nicht einfach... Der Schuss war auch gelegt. Einfach reinschieben. Oh, jawoll. Wir sind ja einfach alle verarscht, Mann. Oh, ne Tobe. Dieser Luke. Duke. Ja, du sitzt auch den Wettmaushel. Die ganze Nacht. Ole, 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 ole. Der Luke. Da, da, jetzt guck nach hinten, Andre. Da siehst du meinen geilen Hut. Om, nom, nom, nom. Wovon ist der Früchtehut? Der ist bestimmt... Ist das die Ananas, die die Ananas macht? Wow. Ich... Ich mach die Ananas. Ich will nicht. Och, nö, manö, ole. Da kann er nichts machen. Da kann ich nichts machen. Ich war das nicht. Der hat geschossen. Ich wollte die eigentlich schön austrimmeln. Da wollte ich ja nochmal ran, Mann. Den hätte ich nur halten können, wäre ich im Tor hinten hochgefahren. Kann man so schnell reagieren, ne? Na ja. Wie? Woll ich machen? Ja, ja, mach du. Ich verkack's ja eh gerade, Mann. Du siehst ja. Ich geb nur den Gegner Vorlagen und so. Das ist halt... Andre, am besten gehst du mal wieder nach vorne, Mann. Okay. Nice. Siehste, wenn ich das jetzt gemacht hätte, wäre es direkt wie ein Tor gewesen. Bei uns natürlich. Ach shit, sorry. Aber kriegst du den nochmal, Andre? Ah, den hat er sich weggeholt. Ich versuche immer peri-fade zu sehen. Zack, Mitte. Ah, sorry. Loll. Ah, den hast du! Wunderschön! Das ist ein Lutscher. Das ist kein Lutscher. Das ist ein Kaugum. Warte, warte, warte. Der kommt nochmal, der kommt nochmal. Nein! Und jetzt... Oh ja. Oh ja, Tor. Nein. Der fliegt richtig aus. Der fliegt richtig aus. Ach schon. Lol, wie viel falsch die Richtung drückt. Vielleicht. Oh, den hab ich, den hab ich... Nicht! Kalt! Oh Mann! Ey, und nicht letztes Mal... Nicht letztes Mal... Das muss ich jetzt mal erzählen, der hat mich letztes Mal... Eine halbe Stunde für sowas runter gemacht, ne? Jaja, aber bei dir ist auch der Ball unten drunter durch. Nicht oben drüber. Kai ist hinten, da wohin gehört. Das hat man ja grad gesehen, Alter. Ah, wir müssen irgendwie mal... Wir brauchen noch einen vierten Spieler, der gut im Tor ist, Mann. Das stimmt. Aber unsere Gegner dürfen trotzdem... Bitte! Keiner da. Ja, das tut mir leid. Da war er schneller. Das tut mir ja leid, aber... Die haben glaube ich ein schnelleres Nitro wie wir. Okay. Die haben wie Powermann. Ja, verdammt. Oh, wer ist das? Oh! Aber da standen eh zwei im Tor. Ja, ja, die machen jetzt wieder zwei Mann Tor-Technik hier. Ja, schön. Lappen sich da, ey. Oh, den hat der Christoph. Ne, der liegt auf dem Rücken. Wieso auch immer. Alter! Nein, der hat mich ja geschoben. Oh! Einfach reinschieben. Schade. Einfach reinschieben, sagt er, ne? Ja, mal. Das heißt, einfach gerade aufs Tor zuballern und er müsste reingehen. Geil! Ich spiel gerade so einen Scheiß zu machen. Jawohl, er war nicht direkt. Geil! Oh, da ist noch ein M-Tor. Nein! Verdammte Ficke. Oh, ne, oh, ne, oh, ne. Oh, shit. Äh, Chapeau. Nein! Verdammte Ficke. Na, was wird da tun? Das ist kein Turbo. Ich hab absolut kein Turbo. Ja, jetzt hab ich ein Turbo. Schön. Oh, schön. Oh, der hat mich. Wir sind zu dritt vorne, man. Wir müssen jetzt eh was riskieren, alles gut. Ja, na, stimmt. Wir müssen uns drei Tore machen. Eine Null. Noch einmal anschieben kann er, äh, an mich schon. Mann! Da rammt mich, Alter. Hässlige Gesicht. Kann man weiß, er nicht mal mehr aussieht. Ist mir scheißegal, der muss hässlich sein. Ich bin gar nicht anders. Da geht er schon an der Spielweise, siehste? Das war, das war schönes und sichtmäßig. Hast du es höchstens noch einen Ehrentreffer, Mann? Komm mal rein, da hab ich mich verschreckt. Auf einmal, das ist aber neben, ey. Ein bisschen verkürzt. Ups. Aber er hat's auch verkürzt. Oh, nice, war genau übel. Nein! Ich bin zu niedrig abgeschwungen. Ich hab keinen Turbo. Ja, ist kein Ding. Ruff ich nochmal. Mitte, Mitte. Wunderschön! Nice! So muss das laufen. Drei Tore schaffen wir noch. Ohne Probleme. Oh, der Witz war'n. Fünf Sekunden, fünf Sekunden, fünf Sekunden, drei Tore. Und dann haben wir eine Sekunde Restzeit. Alle drauf. Außer jetzt am Start natürlich nicht, ne? Na ja. Ja. Aber Kai kann's trotzdem vielleicht trotzdem ein bisschen hin... Ooooooh! Wow! Ich sag' ja nur. Ja, aber der... Da ist Lack. Guck mal, die haben jetzt in drei Sekunden ein Tor gemacht. Das schaffen wir ja wohl drei. In drei Sekunden? Naja, in neun. Ich fliege, ich fliege erstmal ne Weile. Okay, kein Ding. Moin. Achso, neulichsache. Hab ich gelaufen. Oh. Toi. Oh! 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 Ja, okay. Seit langer Zeit mal wieder ein Spiel verloren. Okay. Bei uns im Anweng von denen. Aha. Joa, das waren schon wieder zwei Matches, ne? Wow. Ja, das war's mal wieder. Ja, dann bedanke ich mich schon mal hier fürs Zuschauen. Und wenn's gefallen hat, Daumen hoch. Und ich hoffe wir sehen uns nächste Mal. Also, ich will mindestens 55.000 Likes sehen, sonst gibt's keine neue Folge mehr, ne? Also, so geht das nicht. Oh Gott. Dann kann ich ja schon mal deinstallieren. Okay. Haut rein, Leute. Ciao. Haut rein.